Es wird sehr viel über Thomas Tuchel gesprochen. Siehst du auch in seiner Personalie eine mögliche Schwachstelle bei den Bayern? Ich glaube, es ist keine Schwachstelle, aber es strahlt keine Homogenität aus zwischen Mannschaft und Trainer. Auch mit so einer Baustelle wie Kimmich jetzt zum Beispiel. Ich glaube, das ist sehr viel hausgemacht. Glaubst du, dass der Wunsch nach einer Holding Six die Spieler rund um diese Position ein bisschen geschwächt hat, dass man eben öffentlich wahrgenommen hat, okay, der Trainer hätte gern wen anders? Ich glaube, es ist einfach so ein Vibe, den man dann dadurch erzeugt. Und wenn man einfach solche großen Spieler beschwächt oder auch so in der Öffentlichkeit solche Zitate rauslässt, dann hat vielleicht auch Thomas Tuchel mittlerweile einen Großteil der Kabine verloren. Ja, wo wir bei Zitaten sind, es gibt eines, was wirklich durch ganz Deutschland geisterte. Tuchel hätte zur Mannschaft gesagt, ihr seid nicht so gut, wie ich annahm, da muss ich mich eurem Niveau eben anpassen. Ein sehr, sehr harter Satz. Du bist auch schon am Schmunzeln. Bevor du was dazu sagst, der FC Bayern hat sich daraufhin nochmal geäußert. Thomas Tuchel einen Satz gesagt haben soll an die Mannschaft, der so nie stattgefunden hat. Das ist einfach schlichtweg nicht richtig. Das ist nicht die Wahrheit. Wir werden uns als Trainerteam niemals über die Mannschaft stellen. Das ist ja völlig absurd. Was soll das? Das haben wir noch nie gemacht. So, Timo, es gibt ja eigentlich jetzt nur zwei Varianten. Entweder ein Journalist hat gelogen oder der FC Bayern versucht, das Ganze etwas runterzuspielen. Aber ich glaube, Thomas Tuchel ist intelligent genug, dass er so einen Satz nie bringen würde. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Trainer überhaupt mal so einen Satz fallen lässt vor einer Mannschaft.